Willkommen zum spannendsten Let's Play der Welt. Ich hoffe mal hier geht alles seinen Weg, ne geht gar nicht seinen Weg. Du. So, egal. Ist jetzt nicht unser Ding. Wir sind gerade dabei Mindtest zu spielen. Das Spiel der Götter. Und endlich fühle ich mich auch für den Gott. So, die ganzen Bäume hier müssen alle weg. Willst du zu mir, Junge? Okay, die sind ja doch relativ ungefährlich. Okay, das Holzschwert bringt halt einfach gar nichts. Digger, was ist mit dem Holzschwert los? Abbränner mit dir. Dann nehme ich ja lieber mal, lieber mein Steinschwert hier. Das bringt für uns ein bisschen was. Bei dem Holzschwert sterben wir, äh, ja doch, sterben wir selber an einer Schöpfung. Bevor das, äh, bevor der Gegner tot ist. So, erstmal die ganzen Bäume hier abköppen. Ich weiß immer noch nicht so genau, ob die Blätter diesbauen ist. Es, es, es wirkt, ja doch die, doch die Blätter diesbauen. Die brauchen halt einfach nur ewig lange zum Diesbauen. So, jetzt werde ich die ganzen Bäume hier abfällen. Ganz viele neue Bäume fällen. Und zwar richtig schön nach Ordnung. Das heißt, die Bäume haben teilweise bis zu zwei Blätter Breite. Das heißt, ich werde immer vier Blöcke zwischen den Stämmen lassen. Oh, gib du mal die Scheiße. Alter, ich will hier rein. Oh, ey. Also, diese E-Taste ist echt kein Krampf. Okay, komm. Ich sag mir, erst mal die Dinger ein. Und dann installieren wir mal diese, 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 diese Drop-Mod, dieser Item-Drop-Mod. Weil, ohne die ist es echt ein Krampf hier zu spielen. So, feierabend. So, Item-Drop ist relativ easy. Erst mal gehen wir in mein lokales Home-Verzeichnis. Was? Was habe ich gerade zum Scheiß erzählt? Äh, Games. Nein. Mods. Und zwar, äh, Item-Drop. Das Ding, ich habe auch noch eine andere Mod. Ich persönlich nutze auf Mainz-Servern die Drops-Mod. Aber die funktioniert irgendwie nicht. Die Item-Drop-Mod, die funktioniert wiederum. Hm, keine Ahnung. Punkt, let's play. Äh, der Ordner gibt es garantiert nicht. Sag ich doch. Die müssen wir erst noch erstellen. Mods. Ach so, halt. Einfügen. So. Jetzt können wir endlich mal mit Item-Drops arbeiten. Weil, ohne dem ist es Katastrophe. Ist ja schlimm, ist das. So. Yay. Ein Apfelbaum. Haben wir eigentlich schon Saplings oder sowas? Ne, ne? Saplings haben wir noch keinen. Doch, wir haben Saplings. Okay, dann fangen wir erst mal direkt an mit der Landwirtschaft hier. Äh, ungefähr so. Hä? Ach so. Ja. Auch das richtige Werkzeug benutzen. So, wir haben endlich mal ein paar Äpfel. Yay. So, das, was wir hier gemacht haben, werden wir jetzt bei den anderen Dingern auch machen. Das heißt, wir werden so und so und so und so. Weiter fließt es garantiert. Doch, es ist noch eins weiter. Ach stimmt, immer drei Blöcke, ne? Eins, zwei, drei. Sehr gut. Also hier auch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann wird nämlich ein bisschen mehr grün. Was ganz Gutes. Nee, nee, nee. Ähm. War das hier mit dem Teil schon eine gute Idee? Doch, eigentlich schon. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber ganz ehrlich, wenn da Wasser reinfließen sollte, ist auch egal. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt nochmal drei. Ah, siehst du, das passt mir schon nicht mehr. Aber das Wasser fließt. Es fließt nicht hier rein, oder? Hallo, gerade so, älter, lol, ey, lol, 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 lol. Ist ja gut jetzt, lol, ist ja gut jetzt. Sieht ein bisschen witzig aus. Ah gut, lassen wir das nicht so. So, hier machen wir gleich mal so ein Ding. Damit der Wasserblock ein bisschen geschützt ist auch. Äh, Alter, dass man hier kein Wasser vermehren kann, wie hässlich ist das? Seit wann fahren hier LKWs vorbei? Äh, ne, dass man hier kein Wasser vermehren kann, wie hässlich ist das bitte? Achso, ich muss noch Bäume pflanzen. Ähm, Bäume. Wie folgt. Ich mach hier erstmal immer zwei. So, und dann immer vierer Lücke. Eins, zwei, drei, vier. Oh, so weit. Ich glaub, so weit fast recht das Wasser gar nicht, oder? Die Frage ist, brauchen die Bäume wirklich grünen Boden, damit sie wachsen? Das ist halt die entscheidende... Oh, die entscheidende Frage. Ich mach mal hier ein Ding hin. Und guck mal, ob's da bleibt. Weil eigentlich wachsen Bäume ja auch aus normalem Boden. Kann aber sein, dass es hier zum, ne, höhne Schwierigkeitsgrade ist, nicht so ist. Dann müssen wir quasi mal warten, bis erstmal das ganze Zeug grün ist. Okay, scheint aber zu funktionieren. So, eins, zwei, nee, eins, zwei, doch, drei, vier. Eins, zwei, drei, zwei, drei, genau, vier. Eins, zwei, drei, vier. Bam, so ist aber schön viele Bäume. Und wie, das reicht nicht, dann rastet ich aber aus. Den gibt's hier, aber kriech. Den kriech, kriech da. So, Baum-Nummero-Unus ist sogar schon gewachsen. Aber natürlich ohne Äpfel. Danke dafür, Angela Merck. Alles deine Schuld. Aber egal, wir haben jetzt mal noch ein paar Äpfel. Glaube zumindest. Acht Stück, ja doch. Sollte erstmal reichen. So, dann machen wir hier die Bahn weiter. Drei, vier. Und jetzt eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Bam, bam, bam. Deilo Mato, läuft doch, Hashtag und so. Ich konnte, wie gesagt, immer noch nicht drauf klar. Und ich werde wahrscheinlich auch nie darauf klarkommen, dass es im Wasserfang mehr nicht funktioniert. Weil das macht die ganze Sache gleich viel schwieriger. Aber wir haben zumindest erstmal zwei Wasserflächen. Das heißt, für Landwirtschaft reicht es erstmal aus. Von daher muss das passen. Und schon wieder kein Apfelbaum. Das heißt, wir müssen bei den Bäumen echt auf Masse gehen, damit wir überhaupt ein paar Äpfel bekommen. Aber wir haben jetzt ein paar Saplings. Ein paar viele Saplings. Oh, falsches Werkzeug. Von daher sollte das kein Problem sein. Ja, ein Apfelbaum. Guckt ihn euch an, wie schöne Äpfel er trägt. So, dann kommen wir uns jetzt erstmal um unser Haus. Solange wir die ganzen Bäume da wachsen können. Dann bauen wir jetzt doch nochmal ein richtiges Haus hier. By that way. Wir brauchen Holz. Ach Gott, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich hier zuerst machen soll. Wir haben jetzt noch ein kack Zeitlimit. Wobei es ist jetzt erst mitten am Tag. Ich glaube, ich brauche erstmal hier irgendwo, wenn denn ein Ofen. So. Den Ofen packen wir erstmal mitten, wirklich mitten in den Weg. So, sodass wir aber zumindest erstmal ein bisschen Eisen haben. Ja, 13 Eisen. Es geht besser, auf jeden Fall. Aber von Anfang reicht es erstmal aus. War klar. Oh, doch, brennt doch. Ach ja, okay. Wow. Lol. Ja, klar. Wie gesagt, Wasteland ist uralt. Und das ist noch der ganz, ganz alte Ofen. Und ja, in, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das Mindset Version 4.0 war oder Mindset Version 4.4. Also, 0.4.0 oder 0.4.4. Auf jeden Fall hatte früher, oder gab es früher den Bug, dass, äh, das erstens hier keine Brennanimation gab. Wenn man, äh, ich weiß nicht, ob es bei Kohle funktioniert hat, aber auf jeden Fall bei anderen Sachen als Kohle gab es halt keine Brennanimation. Und auch hier gab es keine Brennanimation. Sondern eine Brennanimation war es wirklich nur, wenn überhaupt, wenn man mit Kohle gearbeitet hat. Das heißt, andere Sachen haben nicht funktioniert, auch wenn es erst mal so aussah, oder andere Sachen haben funktioniert, aber es sah erst mal so aus, wenn es nicht funktioniert. Ist verwirrend, ist aber so. Aber auch nicht weiter schlimm, wenn man sich irgendwann mal dran gewöhnt hat. Ich meine, ist das mittlerweile lange her. Äh, aber wie gesagt, früher war es halt so. Wurde auch relativ schnell gefixt. Aber daran merkt man mal, wie alt dieses Spiel ist. Ich könnte mir auch die Woodcutting-Mod installieren. Ach, lohnt sich nicht. Vor allem, wir brauchen hier jetzt wirklich extrem viel Holz, da man aus einem Holzblock gerade mal ein Brett bekommt. Was eigentlich schon ganz schön krank ist. Wenn man mal ehrlich ist. Wobei, bei dem Spiel ist vieles krank. Vor allem die Tatsache, ähm... Ach, ein Apfelbaum. Dass man Wasser nicht vermehren kann. Wieso kann man kein Wasser vermehren? Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Haben die Langeweile oder so? Machen die das mit Absicht? Wollen die einen ärgern? So, die beiden stellen wir hier vor, die nehme ich auch mal weg. Die Nervenbissen, die sehen ein bisschen kacke aus. Die passen nicht zu unserer Idylle. Okay, dieses frische Holz dauert beim Abbau länger als das trockenen Holz. Das ist cool gemacht. Macht ja auch Sinn, ist ja im Echten auch so, dass frisches Holz schwerer zu bearbeiten ist als trockenes Holz. Und dem haben die ja tatsächlich, äh... Ne? Dem nachempfunden. Unternehmung gewachsen. Ich könnte die ganzen lieben lang Tagbäume fällen. Ist das nicht schön? So, ich werde mich aber jetzt mit den Bäume fällen mal auf die Bäume konzentrieren, die keine Äpfel haben. Das heißt, die Apfelbäume, die lassen wir mal stehen als Reserve. Wir haben ja jetzt mittlerweile genug Äpfel. Ich hoffe, ich muss halt aufpassen, dass hier drinnen nichts verschwindet an Äpfeln oder so. Ist ja jetzt ein richtiger Wasserkanal da. Oh, da rennen die Äpfel rum. Was tue ich denn hier? Um Gottes Willen. Oh, alter, die ganzen Äpfel, die fallen ja alle runter. So. Dann jetzt folgendes. Bauen wir ein Steinhaus oder ein Holzhaus? Ich persönlich bin ja fast für, äh, für, 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 ähm, Steinhaus. Unter uns ist echt eine Höhle. Da müssen wir auf jeden Fall mal rein. Irgendwann mal. So, das heißt... Weißt du was? Wir bauen das Haus auch gar nicht direkt hier, sondern bauen wir ein bisschen weiter hinten. Hier zum Beispiel. Haben wir gleich einen Keller. Und der Keller ist der gleiche Eingang in ein unterirdisches, äh... Naja, nicht Labyrinth, aber... Ihr wisst doch, was ich meine. So, das heißt... Hier kommt ein Pfeiler hin. Hier kommt Pfeiler hin. Hier kommt Pfeiler hin. Vielleicht nehmen wir das Haus sogar fertig, also die Grundmauern, fertig, bevor es dunkel wird. Hä? Moment, lol, man kann nur bis 40? Wow, man kann nur bis 40 stacken. Okay, das ist interessant. Das ist, äh, nice. Oh, ich bin am Verhungern. Gott, das Gefühl kenne ich ja gar nicht mehr, zu verhungern. Siehst du, kann man eigentlich einen Home-Punkt setzen? Nö. Gibt's nicht. Ja, ich mache erstmal solide Wände. Fenster kommt später rein. Ach so, siehst du, ich brauche noch eine Tür. Oh, lange wird die Sonne runter. Und es wird dunkel. Ah, unser erstes Weiß ist bald fertig. Hoffentlich kriegen wir schon viele Saplings. So, die Haustür mache ich mal hierzu. Gibt's hier eine Mitte? Ja, es gibt's in der Mitte. So, hier kommt unsere Tür rein. Bam. Und bei jeder Tür... Komm, da sind wir nicht mehr Fakten hin. Ja, hier vorne müssen wir dann natürlich noch aufräumen. Sieht ja aus, die Katastrophe. Aber das können wir später noch machen, wenn's wieder hell ist. Jetzt erstmal müssen wir uns hier eine Safe Base bauen. Also die ist ja quasi schon safe. Von Monstern geschützt. Sehr schön. Und während es dann dunkel ist, werden wir mal schön den Keller ausbauen. Muss mal gucken, ob man die auch Treppen bauen kann. Wäre nämlich für den Keller definitiv optimaler. Weil hier eine Treppe reinzubauen, das wird ein bisschen überflüssig. So, unser Haus ist fertig. Also, naja. Es ist zumindestens... Von der Funktionalität her fertig. Also, wir haben jetzt einen Boden. Wir können Land laufen. Wir sind Monster geschützt. Wir brauchen Kisten. Tja, Big Chest gibt's hier leider keine. Wir werden aber mal zwei normale Kisten bauen. Ich packe die aber mal da hin. Das kann man vielleicht... Nee, kann man nicht. Und schon laufen die ersten Monster rum. Holy shit. Apropos die ersten Monster. Ich mach mal vielleicht doch hier ein paar Fackeln. Vielleicht kann ich keine Fackeln setzen. So dumm für alles. Ah, siehst du? Steinschwert geht gleich viel schneller. Viel schneller. So. Dann werde ich mal auch hier noch ein paar Fackeln setzen. So. Ja, hier hinten brauche ich keine Fackeln. Das interessiert keinen. So. Ach man, Shift-Klicken geht leider nicht. E-Trick geht auch nicht. Mit Kuh geht auch nicht. Ach, das ist Bullshit. Ah gut, wir müssen halt immer manuell machen. Was soll's. Wir haben mittlerweile echt viel Holz. Siehst du, wir werden das ganze Trockenholz gar nicht holen brauchen. Wir haben ja hier bereits massisch normales Holz. So, und wir haben schon viele Blätter für den Ofen. Ach, guck mal, die Blätter kann man mit mehr als 60 stacken. Ach so, aber auch nur bis 60. Okay. Ja. Das heißt, alle Items haben hier verschiedene maximal stack Größen. Ah, okay. Bäume haben auch wieder 40. Jörg und Daffer hat auch wieder 40. Ja, wahrscheinlich solche leichten Sachen, weil Blätter sind ja leicht. Wahrscheinlich dann bis 60. Alles andere bis 40. Mal gucken. Wäre halt naheliegend. So. Hallo, du Monster. Ein dummes Viech. So, okay. Ich würde mal sagen, machen wir mal Folgenpause. Morgen geht's weiter. Übrigens muss ich, hab ich vollkommen vergessen. Also ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Äh, ich hab die Folgen noch nach dem alten Schema benannt. Heißt also immer zwei Folgen pro Tag. Obwohl ja unser Special vorbei ist. Das heißt, äh, eine Folge pro Tag. Also muss ich ja noch alles wieder umbenennen. Ja. Ist für euch sowieso egal. Für euch kommen die sowieso, so wie sie halt planmäßig kommen. Wenn ich beim Umbenennen Scheiße baue, äh, wenn ich beim Benennen Scheiße baue, ist das ja für euch sowieso egal. Äh, von daher. Ja. Auf jeden Fall. Für die, die sich hier doch gewundert haben sollten, dass hier Montag, ist ja richtig, aber dass hier immer noch Montag und jetzt Dienstag und Dienstag ist. Obwohl die Folge jetzt zum Beispiel am Donnerstag kommt. Ja. Habe ich vergessen, mir zu bedenken. Aber ist halt so. Von daher, bis dann. Tschö. Tschö.